Wie denn was da machen? 3, 2, 1 und Absprung! Let it rip! It's Babelish! Also mir ist das hier alles ja ein bisschen zu kalt, ne? Also ich muss ja sagen, da gefällt mir die Ansage eines gewissen Holländers richtig gut. Der 1 sagte, wann wird's mal wieder richtig Sommer? In Russland. In Russland. Die Ironie ist gar nicht zu überwiesen. Nein! War schade. Ja, eigentlich wollte ich das geplant machen. Leider war ich jetzt auf einem anderen Chat scheiße, Alter. Ich wollte eigentlich sagen, bei 3 schießen wir um seinen Kopf, dann wäre der jetzt tot. Fack einfach. Ja, ich hatte auf dem Kopf klar. Das ist ja. Auf hin. Oh mein Gott, ist das ein Typ. Alter. Der hat uns in-game stumm gemacht. Jo, das wäre echt gut stumm, der Idiot. Der hat vor dem Spiel R3 gedrückt. Ja, wir müssen warten bis ein neues Spiel ist. Ey, Mike. Du... Mike, du musst auf R3 drücken. Mike, wieder passiert nichts. Ah, da ist er ja. Hallo. Okay. Brauchst du, Mike. Mike, das Ding hört er nicht. Ich fass mich. Oh, ich fass mich. Mike. Bewegt deinen fetten Arsch, Mike. Ach, meine Fresse, Alter. Der braucht immer so lange, der Tiet, ne? Das ist so für ein Kotzen, Alter. Der braucht schon mal 30 Jahre bis dabei eigentlich, Alter. Das ist so für ein Kotzen. Oh. Ich würd empfehlen, wir springen auf Discord um. Klappst du nicht, Alter. Den Tiet springen hörst du nicht. Gerade ich bin so gestorben, weil der Tiet wieder 30 Kilometer von mir entfernt ist. Und dann noch der In-Game-Sound, ne? Ja, genau. Ey. Ich bin raus. Ich würd auch sagen, ja. Rolf, ich komm raus. Dann kommen wir von... Dann kommen wir von hier... ... nach da... ... nach nach hier vorne. Ey. Mike, was geht denn bei dir ab, Mann? Ja, ihr seid jetzt alle so unterschiedlich rausgesprungen. Ihr habt nicht gesagt, wann. Also Mike, ja. Aber du... Ich weiß nicht, Alter. Mike, wir landen jetzt... Pass auf, ich steig dir jetzt genau wo wir landen, Alter. Wir landen jetzt in dem Haus. In nirgendwo anders. Und dann... Ich bin nütz. Verdammt! Wie du hast denn ich gekotten? Weißt du, da hast du schon ne Pumpgun? Und die Pumpgun... Ja. Ich hörte nicht. Mach gar nichts. Ja. Ja. Ich hab mir jetzt einfach noch gehalten. Du? Nee. Ich hab ihn geschickt. Ja. Ja, der wird geschickt. Dann sag doch, dass du gewonnen hast und nicht tot. Ja, aber ganz klar, ich bin tot. Ja. 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 Geh, Alter. Der erotische Tazer geht. Los Tazer. Angriff. Sieg Maul. Ja, verdammt. Es muss erotisch sein. Einfach wübsch. Nee, ich knall jetzt aufm Boden. Ich knall jetzt aufm Boden. Und... Pah! Machen wir hier die Tür zu. Ich könnte rausbleiben. Mal gucken, ob ich hier auf der anderen Seite bin. Nee. Du findest das so scheiße, man kriegt hier... Alter. Hat sogar Bug. Und Mike geht gerade auch für unseren Gegner zu. Alter, Mike, du bist wie... Nein, ich hab ihn ja gesehen. Echt, die Henne, Alter. Wo hast du abspringen gelernt, Alter? Äh, außerdem müssen wir langsam in die Töne. Oder was? Ey, Gegner, du müsst ja eigentlich für euch irgendwo in der Wasser sein. Alter. Was? Entso. Gerade, als... Du vorbeirand bist hier, ne? Klar. Irgendein Gewitter oder sowas. Auf jeden Fall ein bisschen lauterer Sound. Richtig... Jumpscare-like. Ich dachte so, jetzt kommt der Gegner. Alter, leg los. Also... Irgendwas ist vor uns. Ja, ne, ne. Ich glaube eh gleich wieder. Ja, ne. Ja, und? Wer mit dem Ranme geht, der sich am besten... Am... Am nächsten steht. Ja, ne. Ja, ne. Der kommt zu uns, ne? Ja. Ja. Der kommt überhaupt nicht zu uns. Geh runter. Nö, nö. Ne. Der im Haus. Ne. Ja. Ja, ja, ja. Nein. Waffen. Alles klar. Was hörst du? Nach, land. Waffen du zu besucht? Alter, dieser Scheiß-Lex packt mich jetzt so ab, Mann. Toll! Wer hat das Kalt immer für den Stürzen? Oh, Gaswolke! Alter, lauf! Lauf! Lauf, lauf! Vor das Lauf! Lauf einfach! Hä? Äh, guck mal hinter dir jetzt. Da musst du ne Tür... ne ne, zweit, genau. Aber Moment, da sitzt der Schuh, was? Die Suche nach der Türe! Nach der Leiter. Na gut, im Endeffekt war es die Leiter. Aua, aus, aus! Der Einsatz begegelt doch. Aua, aus, 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 aus! Aber das ist doch egal, das ist Warm-Up. Der Juppert kann man sagen. Ja, das muss man auch sagen. AUTO! Du nicht alles willst, Typ. Ich merke Autos zu hören. Wenn ich Fahrzeuge sehe, dann muss ich die haben. Du hast gesucht. Oh, du willst, ich mach mal gerne mit den Helikopterhalle tot. Was ist das denn? Ich mag guter Fiele. Nein, ich hätte einfach das ganze Fisch mit dem Helikopterhalle so ausschließen können. Hier. Hier? Hier? Ja, willst du den EP raus, oder? Ja. Du willst doch schon nichts raus, Leute. Alles klar. Ja, alles klar. Du musst so Tüter schon falsch hinbekommen. Ja, Maik macht wieder mal. Ey, alter Typ. Das ist so ein Typ. Echt, das ist so ein Typ. Über den Wolken. Du musst die Freiheit hinbekommen. Maik, willst du nach links oder nach rechts? Maik, alter Typ. Guck mal, wo der gelang ist. Ich werf das doch. Maik, sag mal, Alter, was hast du euch gelernt? Er ist tot. Jetzt sind wir wieder. Maik, mach wieder alles im Haus. Weißt du das? Ja. Wir werden jetzt sterben wegen dir, Maik. Ich sag es dir, Alter. Irgendwas spannend hier. Alter, Alter. Sag, sag. Wir sind doch gestern. Oh, ein Quatsch. Das Arschloch, Junge. Danke, Maik. Maik, komm mal mit jetzt. Alter, das geilste finde ich immer noch. Den Gulag, ne? Maik, 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 schnell! Alter, dann geht's zu den Jahren. Der hat sich gleich wieder bewegen. Alter, Maik. Oh, Junge. Ey, du brauchst immer so lange. Alter, Mann. Mann. Ja, gut. Das Ding ist, ich hab den eigentlich gekillt. Aber manchmal wieder nicht da um meinen Arsch zu retten. Die Rache wird meine sein. Weg. Der hat sich auf den Seiten, der hat sich auf den Seiten. Oh, der ist ein Igel, Alter. Der hat sich für den Gulag. Ach, scheiße. Ne, ne, ich bin noch neben. Ich bin niedergeschlagen. Ne, fast. Ach so. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schnell, 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 schnell. Wenn ihr es nicht bewegt, nicht bewegt. Oh, geil, Alter. Oh, mein Gott. Alles klar, und... Mike, wenn du mich... Ich bin jetzt zweimal wieder in die Gier gestorben, weil du mich beschrieben hast. Dass es mich da einstellt, ich sag's dir, wenn... kümmert mich dann Arsch... Das ist ja, ich sag's dir. Wo oben? Da, wo er gerade eben schon war. Warte, so. Warte, so. Warte, so. Kann auch ein Fenster sein. Okay. Warte. Oh, was? Ja, Alter. Klamour, Klamour. Klamour, ja. Klamour. Klamour, ja. Klamour. Komm ein. Ja. Achtung, hinter dir. Hinter dir. Oh, nein, nein, nein. Oh, schade. Dafür komm ich jetzt mit dem Auto vorbei. Oh, ja.